Hallo liebe Leute, hier ist wieder ein Video von OEA. Mein Name ist Dr. Baxmann und guckt mal rein, was wir heute für euch vorbereitet haben. Viel Spaß! Und ihr wisst schon, was das heißt. Biegelbiegung! Let's go! Auf geht's! Vamos! Heute biegen wir einen Tipp oder eine Angulationsbiegung, ohne dabei Extrusion hervorzurufen. Dafür verwenden wir wieder 17 oder 19,25 Stahl- oder TMA-Bögen, greifen proximal ab, biegen eine 30 Grad Biegung und auf der anderen Seite der Zange eine 60 Grad Biegung in entgegengesetzter Richtung. Daraufhin biegen wir wieder 30 Grad in die ursprüngliche Richtung und kommen so perfekt in der Horizontalebene wieder heraus, wie gewünscht, und sehen hier die Angulation. Und jetzt seid ihr dran. Viel Spaß! Das war wieder ein Video von OEA. Mein Name ist Dr. Baxmann. Ich hoffe, meine Videos helfen euch weiter. Hinterlasst einen Daumen hoch und bis bald.